ein jaguar xf vorführwagen ist hier zum verkauf angeboten die silberne limousine ist viertürig und bietet platz für fünf personen der kilometerstand des wagens liegt bei unter 2000 kilometern die erstanmeldung war anfang 2017 die limousine verfügt über zahlreiche ausstattungsdetails wie sitzheizung alufelden panoramadach xenonscheinwerfer elektrische sitze und noch vieles mehr unter der haube gibt der sparsame diesel eine leistung von 179 ps an das achtgang automatikgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei nur 4,9 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir beantworten gern ihre fragen die die Untertitelung des ZDF, 2020